Hey und Willkommen auf meinem Kanal, Markzell darf es erst mal. Heute gibt es noch eine Runde Rocklick mit der Frau Michelle. Hallo. Willst du jetzt erst mal eine Belohnung abholen, was ich noch habe? Ja, ich bin Level 69, jawohl. Uh, cooler Banner. Jawohl. Und jetzt habe ich jetzt gleich... Ich habe noch eine Belohnung. Immer wieder noch eine Belohnung oder wo? Lass dich doch. Ich darf noch so einen Drop, der jetzt witzig wird. Oh, momentan das Rabatt? Was? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Mit ähm... Dieses Vocket Pass Premium gedöhnt. Achso, ja, wir sind gleich in der Runde wieder bestellt. Also sollte man das dann kaufen und man zweit hat. Ja, und wenn... Da ist es jetzt mal runter. Und ja, wir sollten das nur kaufen, nur Zeit und... Und auch... Sorry, Master. Und man hat sich am Anfang kaufen, das ist so unversichtlich. Wie geht es? Was ist das? Nein! Fertig! Nein! Böse! Sonst auch noch? Ja! Der Ball ist weggescheuert! Guck mal, wie du jetzt mal Vieh folgen willst! Nein! 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 Ja! Nein! Ja! Habt du's gedacht, dass wir auch schlecht sind? Ja, hab ich! Hallo! Hallo! War mit? Ja! Ich bin durch! Ich rette auch nicht, weil ich mich... Weil ich mal keinen Bock hab, dass wir immer verlieren! Du isst es schon wieder! Nein, ich esse nichts! Das ist Kuchen! Der Kuchen ist schon lange weg! Oh! Das ist gemein, ich hab keinen Kuchen bekommen! Mein Käsekuchen! Käsekuchen! Ja! Das ist gemein! Wirklich, ich hab auch Käsekuchen! Käsekuchen! Ich geh mit Eierkuchen! Ja, ja! So, zum essen! Schade, dass ich das vorher nicht aufgenommen hab, ne? Was? Du weißt genau, was ich meine! Entschuldigung! Das muss man aufgeben! Aufgeben ist nicht! Aufgeben ist nicht! Aufgeben ist nicht! Aufgeben ist nicht! Aufgeben ist eine Lösung! Aufgeben ist nie eine Lösung! Doch! Jetzt schon! Ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Ich bin nicht der. Ich hab grad das alles abgewehrt, ne? Ich hab verloren bekommen Ich hab das Gefühl zu verlieren Ich hab das Gefühl zu verlieren Los Marcel, los, 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 Ball, Ball Ja, stimmt Marcel, wir brauchen Ball, wir brauchen den Ball Ich tätiere den Olivatan Wir brauchen Eier Ich tätiere den Olivatan Wir brauchen Eier Ich tätiere den Olivatan Ja, nein, tu einen Nein, okay Nein, was? Das ist mir eh schon wurscht Mach dein Olivatan, Olivatan Ja, warnt du nicht Ich geh das Fenster offen Mit dem Jungen werd ich wahnsinnig Ich tätiere den Olivatan Komm Nein Ich kieb auf Ich kieb Sachen mit meinem Ich kieb wirklich gleich auf So Ich kieb auf Ich kieb auf Auf, gib es keine Lösung Ich kieb dich selber Ich kieb auf Ich kieb auf 80 Punkte 80 Punkte Das ist brech alt Danke So, Spaß Wow Einfach nur wow Ich bin gemein, ich weiß Danke Ich kieb hier Zum Glück hab ich keine Facecam Ich seh deine Facecam Okay, tu ja, tu ja aber Ich seh was du da grad machst Obwohl ich das nicht sehen will Das hab ich jetzt so weiter gehört Nein 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 So mei ich das Nein Nein Ah Ah Du Hör mit dein scheiß Verdeutlicht Denk Mensch Ich bin ein Junge Was ja warte es doch Ah Ah Ja Der Skill war auch heute gut, oder? Ich höre ihn Ich habe ihn nicht gesehen Ich hab über das Tor Fast beim Tor reingeschossen Aber ich hab eben nicht im Tor nicht trocken Unser eigenes Ich hab schön vorbei geschossen Yeah Oh je Oh je Titan Geh Titan Ich hab jetzt die ganze Wasser Zitrone Ich bin heute sehr sauer Nicht süß Soll ich Zucker rein streuen 1000 Kilo oder was? Dann bin ich süß sauer Auf die Zitrone soll ich tausend Liter zu Schollen Okay Mach süß sauer Ach du heilige Scheiß Ich hab die Kommentare raus Schrauben Ich hab die Kommentare raus Schrauben 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 Es könnte Ich sag nur zu Es könnte alles sein Die Kante zu sein Was du machst Ja Die Sorge hat jetzt Ich weiß was er macht Ja Mit den Zuschauer Soll ich es auflösen? Nein Hehehe Machst du nicht Haben wir ein Problem miteinander Ich weiß wo du wohnst Dann möchtest du aber auch mich wollen Ja Und ich weiß wie du aussiehst Und du weißt auch wie ich sehen Ja Wir haben uns schonmal in echt gesehen Also wenn du abhier Hilfe Hilfe Er ist mir einfach Er ist mir einfach Überraschung Kaffee Ich hab ein paar Sachen Geräusche Ich mach das nicht Ich weiß was Du 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 Bälle ihn weg Dann knall ihn weg Mann Wenn du isst Das ist ja schlimm Was Nix Was? Du denkst du wieder falsch? Was? Nix! Nix! Ich hab nix gesagt! Ja ja! Oh! Der mit einer scheiß Zeit wirklich geil ist! Boah! Boah! Ich bin der Jünger aus dem Abstand! Oh! Jungs! Oh! Wuhuhu! Ach so falsch in 2! Ich dachte, du schliefst hier nur hinten so! Guck mal, wie ich gar nicht das gemacht hab, Marcel! Okay! Season 1! 2 Plus! Ne, 2! Ich kipp dir gleich 2 Plus! Ich könnte auch eine 5 geben! 1 Plus! 1 Plus! Mit Gännchen! Ne, jetzt zu spät! Hey! Los! 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 Stop! Go! Ja! Geil! 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 Damit hab ich nicht gerechnet! Ich dachte, wenn ich mich konzentriere, dann kommen wir auf Thor hinaus! Ich hoffe, wir verlieren die Partie, weißt du rum! Warum? Also ich reinschreibe, wir sind die schlechtesten Spieler, oder? Wir haben es so auf die Fresse bekommen, weil ich sowas nicht reinschreiben! Okay, dann lass ich ja mit Thor durch! Nein, lass ich es nicht! Ich hab' ihn in die Falle ein wenig losgelöst! Ich hab' ihn in die Falle! Ich hab' ihn mitgekriegeteilt! Aua! Du wolltest jetzt was sagen! Du denkst wieder zu weit, oder? Du willst n' sagen! Sag' ich jetzt nicht mehr. Sag' jetzt! Nein! Nein, 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 nein. Sack jetzt. Sack jetzt. Nein. Was sag jetzt? Nein. Das ist gemein. Nein, 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 nein! Nein! Komm! Hä? Das ist eine Frage. Habt ihr den Kriegsbaum kurz? Unterwerfen? Entschuldigung, ich habe einen Baum. Okay. Aber keine echten Kerzen. Nein, ich habe auch keine Kerzen. Lass du um. Natürlich, damit du dich alles abfackelt. Nein, wir könnten dir die Hose auf dem Baum hängen. Hahahaha! Ich muss mich jetzt notieren. Okay, ich ziehe um, ich ziehe nach den USA. Ja. Nein, das ist eine gewisse Person. Ah! 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 Das ist eine gewisse Person. Das war's mit der Folge. Lass dir auch ein Abo, einen Like, einen Kommentar aus. Und schaut mir bei Flami vorbei. Schau. Ja. Und du willst du was sagen? Ähm. Schau. 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 Schau.